hallo herzlich willkommen zu einem jungen knuckles video also ja heute geben wir einfach heute reagieren wir mal auf die jungen knuckles find the way ja das habe ich mir auch schon angeschaut ist ziemlich cool vorgestellt you can knuckles it das ist auf jeden fall ich hoffe da kommen jetzt keine jump scares oh nee do you know the way from for archit ja da kommen da sind die auch auch der way the queen you can now boy jetzt möchte ich den film sehen jetzt möchte ich den film sehen alter sieht das saugeil aus als meine so normalen it sie ist so geil aus die jungen knuckles he is in september georgie he said georgie 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 ich glaube nicht dass ich den nutzen darf ich meine das hier von locken ich glaube ich darf nicht benutzen hier gibt es genau ich kenne das schon das kenne ich schon die 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 was ist der brief von ihm oder was Das heißt, es war ja. Geht! Ich glaube, das war's. Oh Gott! Ah, die spucken! Being part of this channel. 500k subscribers. Sheesh, so viel. Here, find a way. Ich mach das nochmal an. Ah, look man. Ich muss jetzt mich zurückhalten und nicht beziehen. Oh ja, und welche Q&A frage ich nicht dran genommen habe, was auf Versehen war. Was machst du zum 100 Abonnenten-Special? Ja, also... Ich glaub, ich mach ein Draw My Life. Wo es aber auch nur darum geht, um die YouTube-Sache. Also mit YouTube, wo ich angefangen hab und so. Ja, also... Da kann schon wieder mit sein. Ach, da gibt's ja auch noch ne Animation dazu. Hier. Ha, Sonic! Hier kommt noch Mario. Also hier. Das hab ich noch gar nicht angeschaut. Das wurde mir nur empfohlen. Ah, das... No, das schreibt nicht so. Das schreibt mal N-O-B. Alter, das sieht ja geil aus. Ich überleg mir echt, dass ich vielleicht das hier als Bild mache. Oder gefällt euch eher das Creepypasta-land. Ich glaub, ich nehm das von Creepypasta-land. Warte, ich kann euch mal schnell den Vergleich zeigen. Da. Da, das ist das. Also ich find das tatsächlich cooler. Auch wenn das ziemlich cool animiert ist. Nur ich möchte halt... Das behalten. Ah, das ist cool gemacht. Das wär für mich schon die Way. Ha, ha, ha. Okay, warte. Ami, wurde auch gesagt, dass die jetzt in den Balkan gehen müssen. Weil da anscheinend der Way drin ist. Ah, tatsächlich. Ach so, die Oganga? Ugana. Ugana. Ja, das heißt, Ugana Knuckles. Lol. Also, okay. Das war's jetzt. Bei der Reaktion-Time von Ugana Knuckles. Und das kommt auch noch in die Playlist von Ugana Knuckles. Ugana Knuckles. Also, ja. Bis dann, schau. Schau bei Lockman und so weiter vorbei. Figur und so weiter. Habt ihr ja schon gesehen, von wem es ist. Also, schaut bei denen vorbei. Also, bis dann, schau. Ja. Ja. Ja.